Soll ich dir was lustiges erzählen? Heute hat ein komischer Mann ganz alleine auf der Waldbühne Theater gespielt. Schau, such! Sie, Sie lassen die Finger auf meine Kinder. Mama, warum darf ich eigentlich nicht mit dem Halim spielen? Weil er ein Fremder ist. Außerdem ist er ein Flüchtling. Mit denen gibt es nur Probleme. Danke! Untertitelung des ZDF, 2020